Musik Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich dir meine Kaninchen genauer vor und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Beginnen wir mit meinem ältesten Kaninchen Niki. Er ist 5 Jahre alt und wurde am 3. März 2016 geboren. Musik Wir haben ihn und eine weitere Häsin mit ca. 8 Wochen bekommen. Die Häsin ist leider nach kurzer Zeit schon gestorben, woraufhin Niki eine Zeit lang alleine war. Nach einigen Monaten haben wir uns dann dazu entschieden, zwei weitere Häschen dazu zu kaufen. Das waren dann Coco und Charlie. Musik Charlie ist genauso wie Niki ein Mini-Loop-Kaninchen und wurde am 8. April 2020 geboren. Musik Er ist sehr zahm und lässt sich gerne streicheln. Weiter geht's mit Coco. Sie ist ein Löwenkopf-Kaninchen und wurde am 11. April 2020 geboren. Musik Im Gegensatz zu meinen anderen Kaninchen ist Coco sehr schüchtert und versteckt sich gerne in Häusern. Musik Jetzt kommen wir zu meinem jüngsten Kaninchen Lilly. Sie ist eine Mischung aus einem Löwenköpfchen und einem Rex-Träger. Und sie wurde am 20. Juni 2020 geboren. Musik Sie ist auch ein sehr zutrauliches Kaninchen und sie ist immer die erste, wenn ich in den Stall gehe, die mich begrüßt. Musik So ihr Lieben, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Darüber würde ich mich total freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Musik 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 Musik